Herzlich willkommen zu einem Tutorial, in dem ich die Grundfunktion der digitalen Pinnwand Padlet erkläre. Ich werde zeigen, wie man eigene Padlets erstellt oder auch von anderen Personen kreierte Padlets in seinen eigenen Account übernehmen und anpassen kann. Zudem werde ich unterrichtsrelevante Funktionen von Padlet zeigen, die helfen können, dieses Tool an die Voraussetzungen und Bedürfnisse der eigenen Lerngruppe anzupassen. Um eigene Padlets erstellen zu können, ist eine Anmeldung notwendig. Das funktioniert über diesen Button. Wenn man angemeldet ist, sieht so das eigene Dashboard aus. Hier sieht man bereits alle erstellten digitalen Pinnwände, die man mit einem Klick öffnen kann. Ein eigenes Padlet erstellt man über diesen Button. Man hat dann die Wahl, entweder eine leere Pinnwand oder eine Vorlage zu wählen. Je nach Anwendungsgebiet kann man sich hier entscheiden. Ich möchte eine leere Pinnwand erstellen und muss dazu zunächst eine Darstellungsart auswählen. Beiträge können beispielsweise im Wanddesign frei auf der Pinnwand platziert oder wie in einem Chat angeordnet werden. Ich nutze meist das Regaldesign. Hier lassen sich beliebige Spalten erstellen und Beiträge können dann diesen Spalten zugeordnet werden. Mit einem Klick auf Auswählen wird mein Padlet erstellt. Ich möchte beispielsweise Märchen im Unterricht thematisieren und wähle als Titel Märchen und folgende Kurzbeschreibung. Jetzt kann ich Hintergrund, Farben, Schriftart und mehr einstellen. Schulisch besonders relevant ist die Kategorie Zusammenarbeit. Hier kann ich meinen Schülerinnen und Schülern erlauben, dass sie Beiträge kommentieren können, was aus meiner Sicht eine besonders nützliche Funktion ist. Das sinnvolle Kommentieren muss allerdings im Unterricht thematisiert werden. Wenn ich Reaktionen aktiviere, können Posts, wie bei vielen sozialen Netzwerken, bewertet werden. Dies deaktiviere ich meist, wenn Schülerinnen und Schüler zum ersten Mal mit einem Padlet arbeiten, da auch das Bewerten von Beiträgen im Unterricht thematisiert werden muss. Ganz unten findet sich der Link, unter dem unser neu erstelltes Padlet aufgerufen werden kann. Wie man diesen Link kürzen könnte, um ihn nutzerfreundlicher zu machen, erkläre ich im Tutorial Links URLs kürzen. Das Video habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Mit einem Klick auf Weiter kommen wir jetzt zum Datenschutz. Hier kann ich zunächst festlegen, ob mein neues Padlet nur von mir gesehen werden kann, passwortgeschützt, geheim oder öffentlich sein soll. Hier wird erklärt, was die jeweiligen Unterschiede sind. Ich nutze in der Schule immer die Option geheim. Besonders wichtig für die Arbeit im Unterricht ist diese Option. Wenn ich möchte, dass meine Schülerinnen und Schüler selber Beiträge verfassen können, darum wird es ja meist gehen, dann muss hier zwingend angegeben sein, dass alle mit Zugriff schreiben können. Schulisch relevant ist dann noch die Option Moderation. Hier kann ich einstellen, dass alle Beiträge zunächst vom Admin, also dem Ersteller des Padlets, genehmigt werden müssen. Ich aktiviere in der Praxis diese Option spätestens dann, wenn Beiträge verfasst wurden, die nicht unseren vereinbarten Regeln entsprechen. Noch einmal weiter gedrückt und unser erstes Padlet ist einsatzbereit. Ich kann in meinem Padlet Design jetzt beliebig viele Spalten erstellen und über das Plus Beiträge verfassen. Probiert einfach mal aus, was sich da alles auf die digitale Pinnwand bringen lässt. Ich möchte in meinem Unterricht wie gesagt Märchen thematisieren und wechsle dazu mal auf ein bereits von mir erstelltes Padlet. Dieses Padlet habe ich ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt, so dass ihr es in Ruhe anschauen und bei Bedarf kopieren könnt. Wie geht das? Einfach dem Button Remake klicken, festlegen, was ihr alles kopieren wollt und dann abschicken. Zurück zum Padlet. Ihr seht, dass ich verschiedene Spalten erstellt und teilweise schon mit Beiträgen Posts versehen habe. Dort finden sich zum Beispiel Links zu Erklärvideos, Lernsnacks, Webseiten und so weiter. Dort, wo Schülerinnen und Schüler eigene Beiträge erstellen sollen, habe ich gelb unterlegt notiert, was in die jeweiligen Spalten soll. Die Farbe eines Posts ändert man übrigens hier. In der ersten Spalte könnte beispielsweise eine Schülerin oder ein Schüler fragen, ob die Eiskönigin ein klassisches Märchen ist. Mitschülerinnen und Mitschüler und natürlich auch die Lehrkraft können kommentieren. Wenn die Frage geklärt wurde, kann sie einfach per Drag & Drop in die zweite Spalte verschoben und vielleicht grün hinterlegt werden. Das kann natürlich nur der Admin des Padlets. Die wichtigsten Funktionen habt ihr jetzt kennengelernt. Probiert einfach ein wenig aus und schreibt gern einen Kommentar, wenn noch eine Frage offen geblieben ist. Lehrkräfte müssen sich überlegen, wie Schülerinnen und Schüler Zugriff auf das Padlet bekommen. Dazu bieten sich Kurzlinks und oder QR-Codes an. Diese sind in Sekunden erstellt. Zwei Tutorials dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Erfolg bei der Nutzung von Padlet wünscht euch Markus von Amsberg. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald!